Vater, der du bist im Himmel Geheiligt werde, dein Name, dein Reich, Gott Dein Wille geschehe Wie im Himmel, so auch auf Erden Unser tägliches Brot, gib uns weiter Und vergib uns auf unsere Schuld, wie wir vergeben Du fühl uns nicht in Versuchung Erlöse uns von den Bösern Denn dein ist das Reiche und die Kraft und die Herrlichkeit Ja Jesus, wir haben zwar schon alle weggetrunken, aber so zwei Liter Wein von Person müsste schon Noch eingerechnet werden, aber so froh ist das, so superheilig Wenn wir da geschehen Wie im Himmel, so entfernen Unser tägliches Brot, gib uns stolze Und vergib uns auf unsere Schuld, wie wir vergeben Das ist auch ein Satz von ihm Gebet ist das größte Geschenk, das Gott uns Menschen macht Wer von euch hat schon mal eine harte und schwierige Zeit im Leben erlebt und im Rückblick gesagt, es war eine sehr wichtige Zeit Wer hat es schon erlebt? Wer von euch hat es schon erlebt? Wenn mein Herz Keine Worte finden kann Weiß ich doch Wie ich zu dir beten kann Er sprach zu mir und sagte Ich brauche keine Angst zu haben Ich danke dir, Gott Und dann hat jeder Mensch Einen tiefen Wunsch Einen tiefen Sehnsucht Nach Sicherheit Jetzt will ich verstehen Menschliches Leben ist ohne Diese vier Dinge nicht weg Wenn mir, ich meine Angst zu sein Ich bin Tehrge 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 Untertitelung des ZDF, 2020